Sieh, Mikl, wie geht's da vor ihm? Bock ja nicht. Bist du aber wie das brennt? Bist du beppert? Nicht, hörst du, oder? Hörst du doch? Ah, es brennt zu sehr. Ja, ich seh ich genau, komm. Hörst du, oder? Berühr damit nicht mehr an der Glase. Berühr damit nicht mehr an der Kohle. Ja, das weißt du. Du, du wackelst die ganze Zeit. Ich hab's gerade in die Gorsche zu veröffentlicht. Massiere dabei gut rein. Schau den Fußschuh an. Na, warte, warte. Warte, 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 warte. Dabei im Gefängnis auch der Fußschuh. Da ist ein tiefesher. Ohohohoh. Also das ist ein tiefesher. Ein tiefesher, der hat die Glase verdient. Ein tiefesher, der hat die Glase verdient. Ein tiefesher, wenn die Familie läuft. Ohohoh. Hörst du da berührte mit nicht mehr an der Glase? Was soll ich das nicht mehr an der Spurence sparkst? Ja, ich soll das nicht mehr an der. Fick sie mit däper, freut. So däper du? Nein. Nein. Boah, das ist fett. Zack, schau's dir hin. Nein. Achso, nein, das müssen wir ja dann nicht... Hätte man sie sich nicht nass machen, soll die Haare oder so? Fett. Zack, mach ein anderes Lied. Boah, ein geiler Musiker. Da muss ich jetzt berühren, gell. Weiß nicht, mach ich nicht ein geiles. Okay, will die Friesen, oder? Bisschen. Ja, das tut mir jetzt leid, aber... Das muss das sein. Ich kann das Freitag runter. Boah! Wie das ist fein, ne? Mach lauter her... Ah, nein, nicht lauter. Jetzt kommt die Homi wieder, Oli, Alter. Ich bin ein Fan, wie ob er feuchtet, oder trotzdem? Die Fetschei geht ja ab. Das stinkt ja, der Löw, du stinkst wie eine Strichhuhe. Ist er eh. Wenn er um, kann man gar keine Erode verleisten. So ist es halt schon lauter aus, ne? Aber siehst du, man sieht schon, dass... was gefärbt wird vorne. Rieder, du magst auch. Nein. Boah! Nein, ich will nicht. Da noch. Dann regt er sich auf wegen seiner scheiß Klopfen, Alter. Das sind die Goschenhorden, Alter. Das heißt, der Klopfen ist heilig. Und der Vogt, auch... Seicke. Seicke. Ich gebe euch da mal ein Stück auf die normalen Haut drauf, okay? Auf welche Haut, wie ist das so zu... Die Böste, Alter. Boah! Bist du denn? Schau hinten, Alter. Ja, das muss so sein, Alter. Bist du denn? Das muss ja alles durchgehen, Alter. Bist du denn? Du kannst sie so durchgehen. Der ist jetzt in der Wormel. Er ist jetzt in der Wormel fertig. Brot mir gleich an, Alter. Das kann ich mir vorstellen, Alter. Ich glaubst dir das... Ich will gar nicht wissen, wie giftig das ist, Alter. Mit Schenoblückfleisch. Erst Lüft, du weißt eh, gell? Nachher muss ich ihm das mit Asche tun. Ich schwörst dir, wenn du nur mit Asche geht, das ist. Das ist wunderbar. Okay, dann gib da ein Geschirrspülmittel. Ich hab das gleich mal Asche hochgeführt. So ein Wasserstoffblond wäre. So ein Fuscherbauer. Fuscher, du bist ja deppert im Schnee, oder? Du wirst nur meine Kopfhaut. Wo ist denn der Kahn? Ein Flas. Passt alles? Passt alles? Alles passt. Können wir dann krochen, Löw? Sicher. Fix? In die Schicht? Ins Nachtwerk. Wie viel Sterbe? So kommst du sicher ins Nachtwerk rein, oder? Ja, Papa, mal du was. Ja, gescheit, damit das rausgeht. Zeig euch, welches ist das? Was? Okay, nicht. Ja, warte. Ah, wieder was bockst du eigentlich? Warte Pappen, Alter. Den hasse ich, Alter. Früher auch immer. Schau das da an, da. Ja, da rassier mal nachher den Kopf drüber. Ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Du stinkst, du. Wir machen Video. Ja, noch mit der Digi-Camp. Wie viel ist es schon? Sechs. Hi. Schau. Fürze. Garten. Ich professionell, gell? Greif mal, greif mal. Dann machst du Fotos der Ehrscherung. Oh, die Rauschforderung. Ja, das spielst du im Video dann. Schockt's dich beim YouTube. Die Jukos. Beim YouTube, Alter. Oh, Alter. Die werden dich dann tögeln. Die kommen dann zu dir ein. Philipp, du bist quasi zwei bis drei. Tonspiel. Okay. Er sagt. Tür sechs und sieben. Und welche Stiege? Einunddreißig. Sieben. Stiege sieben. Stiege einunddreißig. Guter Morgen. Es soll Silber werden. Wir wollten uns ja Silber dann nochmal einfach Wasserstoffblond genommen. Wir haben Wasserstoffblond. Und ich dachte, sie haben sie im Simbel. Zeig, dass du keinen Fehlst. Nein, sie darfst doch uns. Was? Was? Steh, Katja. Du schierst schon mal Graze. Nein, nimm den da. Du kannst die gleich Graze machen. Bei deinem Schädel ist es eh wurscht. Ja. Der Koffer kriegt noch einen Mittelpferbensnach. Warte, lass gleich liegen kurz. Ich bin reingestellt. Was will denn dauert das noch? Bis fertig ist meistens. Schock, Kinder. Mann, das ist ja zu viel. Geh! Ja, du brauchst endlich die ganze Farbe. Du brauchst die gerne. Ja, dann fahren wir sie weg. Das ist ja unten. Ja, du bist in Ruhe. Du musst jetzt so dreißig werden. Du musst jetzt so dreißig werden. Ich ziehe dir etwas mehr dran als vorher. Scheiße. Domi, wir haben das ganze Video jetzt so gemacht. Aber du bist schon wieder das ganze Video. Ah! So schief. Ah! Geh! Mit deiner Krippe! Ah!